Was ist das? Das ist ein riesiger Krake. Bleibt wachsam. Das muss der derzeitige Meister dieses Ortes sein. Und dazu diese Musik. Die kommt jetzt nicht von mir, die ist nicht getauscht. Das ist die ganz normale Kampfmusik. Ja, mach mal deinen Höllenfall. Unser Burstlevel ist bei Null. Ja, super. Was haben wir denn hier für Eigenschaften? Nix. Was hat der für Lebenspunkte? 22.500. Wenn er sich nicht heilen kann, dann ging er das sogar noch. Und natürlich auch daran, wieviel Schaden er so austeilt. Ähm, wir fangen mal mit der Dimension vorne an. Oh, wie süß. Das ist aber nicht schön. Steine auf dem Kopf ist auch gut, oder? Oh weia, 300 Schaden hier. Den machen wir überhaupt keinen Schaden. Das sieht übel aus. So, zwei können wir auswählen. Okay, also mit Burst machen wir schon ein bisschen. Und vor allem scheint er anfälliger zu sein gegen Waffen als gegen, äh, Magisch an. Das ist alles klar. Das war die Faktivin und nicht so, wie schön. Auf geht's. Und zurück, dann kann er sich auch noch weiter. Es ist so schlimm, dass es sich gerade geheilt hat. Aber nicht so doll. 1.500. Das geht so, ne? Jetzt kommen wir mal hin, unsere Effekte alle. Ich glaube, wo es wieder dran ist, es dauert noch. Vielleicht kriegen wir ihn schon dauernd bis dahin. Du hast doch irgendwie einen Angriff, der umso effektiver ist, je mehr Time Cards draußen sind, oder? Oder war das Bill Bill? Ja, ne, das ist das hier. Und es sind momentan vier Time Cards draußen. Viel mehr geht, glaube ich, gar nicht. Wir nehmen mal den Angriff. Wir nehmen mal den Angriff in der Mitte. Okay, das ist nicht schlecht. Wir nehmen mal den Angriff. Wir nehmen mal den Angriff. Wir nehmen mal den Angriff zu der Zeit. Ja, das war's jetzt. Jetzt kommt's jetzt. Wir nehmen mal den Angriff. Okay, er sah furchteinflussend aus, aber war jetzt nicht so schlimm. Und wir haben den Schatzlichter gesiegt. Den Lichter den Schatz haben. Am besten irgendwas zu lesen oder so. Oh, Dunkelheit, sehr schön. Und einen göttlichen Umhang. Naja, wir schmeißen jetzt mal ein bisschen Mist weg. Zum Beispiel das hier. Das hier sollte der entlegenste Raum sein. Okay, jetzt finden wir endlich ein bisschen Schätze. Hier. Das ist alles? Aber das ist doch alles nur billig aussehender Abfall. Ja, derartige Schätze hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Das ist eine ganz schöne Enttäuschung. Das ist alles wertlos. Ja, es ist für Lotte natürlich doppelt schlimm, weil die ja auch noch das Nebenziel hat, reich zu werden. Und wenn dann keine Schätze da rumspringen, dann macht doch das Kämpfen keinen Spaß mehr. Da muss ich jetzt mal ein bisschen raten, was das bedeutet. Ähm, ich glaube, dass die Geschichte übertrieben war. Zumindest ein bisschen. Auf der einen Seite bin ich jetzt natürlich enttäuscht, aber trotzdem bin ich ganz froh, einmal das Geisterschiff aus den Legenden betreten zu haben. Und außerdem ist die Sache für mich noch nicht zu Ende. Ich werde auch weiterhin nach Schätzen Ausschau halten. Okay, dann nehmen wir noch ein bisschen Kram mit. feedback zu gehen. Gut möglich. So, bitte ... 비 haga sie gar it los, und der Konkur, wenn man die mit meiner machte geht, Bitte macht den veget verbunden. In Engachi geht es doch zu spielen. Das hedernedeagit also sicherlich. Schauen wir mal ein Relikt. Aber auch hier im letzten Raum muss ich gucken, ob hier vielleicht noch was Besonderes als Relikt vorhanden ist. So, dann gehen wir mal wieder raus und können auf dem Rückweg vielleicht noch das eine oder andere einsammeln. Aber ich hatte jetzt auch ein bisschen mehr Schätze erhofft, muss ich zugeben. Aber zumindest konnten wir Yuri helfen. Stellt euch vor, die wäre ja jetzt alleine hier reingelaufen. Das wäre auch nicht schön geworden. Oh je. Ob ich das überlebe. Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich kann mich nicht mehr, wenn ich es erforschte. Ich versuche ich euch, etwas Gutes zu sehen. Ich versuche es zu tun. Ich versuche es zu unterstützen. Ich versuche es zu tun. Ich versuche es zu tun. Ich versuche es zu tun. Ich glaube das war's schon. Jetzt kommt der Meteor noch und der Angriff von Miroka. Ich glaube das war's schon. Ich habe mich nicht so. Ich habe mich nicht so. Moomot Moomot Das ist alles Mist, was wir hier einsammeln. So, und hier will ich zumindest noch mal nach rechts gehen, nur um mir selbst zu bestätigen, dass wir da in einen Bereich kommen, in dem wir schon waren. Oh, da habe ich die Kiste übersehen. Gut, dass wir hier lang sind. Eine Sache muss hier gerade weg. Lehm? Was soll denn das? Das brauchen wir doch gar nicht. Ach so, genau. Deshalb, hier kamen wir nur zurück. Jetzt verstehe ich das. Das war unser Rückweg. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach Start drücken und an den Ausgang zurückgehen. Ich will trotzdem noch mal eben schauen, ob ich hier noch was sammeln kann, ein, zwei Gegenstände. Kämpfen habe ich jetzt keine Lust. Das ist aber auch ein Dreck, was hier rumliegt. Ach genau, und ich wollte unsere Motivation mal angucken. Die ist gut geblieben. Es hat ja auch sein können, durch das Event, dass wir jetzt keine Schätze gefunden haben, dass unsere Motivation dadurch sinkt. Aber zum Glück nicht. Kämpfen mache ich hier vielleicht ein anderem Mal noch mal. Geh mal weg da. Geh mal von der Treppe da weg. Das Leck an was gar nicht so übel. Ne. Geh mal einfach mit. Ne. Und das müsste es auch gewesen sein, oder? Oh, nee. Wie riesig groß das Schiff doch ist. Okay, jetzt sind wir groß. Dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt... Ach, hier hätte ich Dancehall sagen können, genau. Das halbe Schiff hätte ich mir sparen können, indem ich hier in diesem Gebiet direkt Dancehall gesagt hätte. Also, Ballsaal. Dann gehen wir jetzt mal zur Weltkarte. Und wir haben ein neues Gebiet. Hey, wie ist das denn möglich? Warum? Weil wir jetzt das Geisterpfiff gecleanet haben. Also gereinigt haben. Es juckt mir in den Fingern, da jetzt hinzugehen. Ich muss mal gucken, was kann ich hier machen? Kann ich einen Monster noch besiegen? Das machen wir gerade nochmal. Oh, und hier müssen wir alles crean. Hallo? Aber meine Taschen sind auch voll. Ich muss nochmal eben das Ganze hier abbrechen. So, wir gehen mal eben kurz an Bord. Alles in den Container packen. Und jetzt wieder zur Weltkarte. Und jetzt wieder zur Weltkarte. So, du kannst auch den Pfeil heilen. Und ich hatte noch irgendwie so eine Quest offen. Ich muss ein Tool benutzen im Kampf. Ich glaube, das hier ist ein Tool. Ich hoffe es mal. Ich nehme mich das Buch gleich nochmal. Oh, nicht so doll. Jetzt brauchen wir das Buch auf jeden Fall. Was war das hier nochmal? Den haben wir auch noch nie ausprobiert. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade auf. Fällt mir gerade auf. Ah! Das ist ein Wettbewerb! Ich kann mich nicht mehr aufwachen. Das ist alles fertig. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen was heilen hier. Mal schauen, dass wir noch ein bisschen was heilen hier. Oh, das ist toll! Ich bin so großartig. Ich werde den Künstler auszutzen. Ich werde den Künstler auszutzen. Ich werde noch nicht mehr bereit sein. Ich werde immer noch alles verletzten. Das ist ein ... Sand? Was soll ich hier nicht benutzen? Die Erbauten, die seine Hände nicht ohne Sprechzeit. Was muss ich denn tun? Wir haben uns noch etwas gebildet. Okay, wir gehen jetzt! Mit dem? Mit dem? Na, woher gehen wir? Okay, dann gehen wir nochmal ins andere Gebiet. Wo wir gerade schon mal hier sind halt. Und danach dann noch Stella zurück. Hier ist ein sehr interessantes Ort. Hier haben wir keine Quest, um gegen irgendein Monster kämpfen zu müssen. Deshalb werde ich das auch wenn möglich vermeiden. Ich werde mit dem空. Es ist einfach. Ich werde mit dem力. Ich werde mit dem力. Los geht's! Ich werde mit dem coolen Knall. Ich werde mit dem力. Ich werde mit dem力. Ach genau, Mensch, wir haben ihn nie den Spezialskill von Lotte eingesetzt. Jetzt wo ich ihn gerade so völlig sehe. Was machen wir gerade mal? Wir nehmen hier mal die Dimensionsbombe und das Fass. Das ist ein bisschen schade. Das ist klar, dass bei der Dimensionsbombe mit dem Fass kombiniert kein Timed-Effekt mehr nachkam. Also hätte ich die Dimensionsbombe alleine geworfen, wäre der Effekt später nochmal heimgekommen. Und so halt nicht. Das kombinieren lohnt sich nur bei Sachen, die keinen Timed-Effekt haben. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich glaube, das war ein ganz neuer Effekt, haben wir noch nicht gesehen. Ich mach das Gebiet hier doch komplett nach frei. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist nicht genau wie er sich in Angst vorzunehmen. Ich hab's nicht mit einem Sieg geba chut替 ich. Ich hab's nicht so gemacht. Ich hab's nicht mit ihm gebaute א�pfl equity. Ich hab's nicht mit dem Anpass. Ich hab's nicht mit dem Erfusel für Kupfen. Ich hab's nicht mit dem Erfusel für Kupfer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, sorry wegen des Hunde-Gebells da im Hintergrund. Ich hab einfach mal das Fenster offen gelassen, weil es heute doch schon relativ warm ist. Ich hab auch schon wieder geblieben. Ich hab auch schon wieder geblieben. Hey! Ich hab' nicht geblieben. Ich hab' jetzt noch nicht geblieben. Das war's für mich. I'll fight mit. You're going to die an. I'll pass the city. I will die, and I will have you. I need your power to f 지나. I will go for all the new fighting things. Das war's für heute. Ich bin ja alles sehr dankbar. Ich bin ja auch dazu. Wir haben etwas, was du hast. Nein, ich bin kein Lob! Ich bin ein Lob. Ich bin da! Was ist das? Knieц. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Hä? Wir haben hier nichts bekommen? Okay, da haben wir jetzt eine Verbindung freigeschaltet. Für eine etwas schnellere Reise. Dann müssen wir da irgendwann nochmal weiter. Gut, jetzt geht es aber erstmal nach Stella zurück. Gibt es für Magier eigentlich irgendwelche Probleme? Die Probleme, die sie nicht bewältigen können? Hey, woher weißt du, dass ich Magierin bin? Nun, eigentlich müsste es jeder wissen, der dich in Kleidung wie dieser hier sieht. Huch ist meine Kleidung so ungewöhnlich? Also, spuck's aus, was ist deine Schwäche? Hm, mal überlegen. Also, die Großmeisterin. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, ich bin so ziemlich unbesiegbar. Hm, so. Also, mal überlegen. Du, bei dir ist es nicht so, dass du Shell die ganze Zeit umherrennen lässt, weil du nicht mit ihr zurechtkommst? Was hat das jetzt damit zu tun? Nun, in Shells Gegenwart bist du immer so nervös. Du kannst schon ganz schön clever sein, aber man merkt dir doch dein Alter an. Stell dir einfach mal vor, du hättest eine Person, die zu dir aufblickt. Das ist ein so unglaubliches Gefühl. Du wüsstest dann auch nicht, was du tun solltest. Also, war dir die Sache jetzt nur unangenehm? Das ist, glaube ich, die falsche Übersetzung. Ich würde eigentlich eher sagen, ähm, warst du nur geschmeichelt? Ach, Erwachsene sind schon seltsam. Aber gut, dass du nicht schaffst, dass du nicht schaffst, dass du dich schaffst. Aber zumindest bin ich froh, dass du nicht vorhattest, meine kleine Shell zu betrügen. Also zu hintergeben. Lotte, du bist echt beliebt. Ich habe nichts gehört. Und warum hast du dann einen roten Kopf bekommen? Irgendwie zufällig hört Lotte immer den ganzen Kram mit, der über sie geredet wird. So, ganze Menge Containerkram, oioioi, und jede Menge Gespräche. Ich will auch noch Quests abgeben. Und dann machen wir ja nächstes Mal halt Gespräche, Quests abgeben und so weiter. Und gucken mal, was wir denn noch für Nebenaufgaben erledigen können. Also gut, bis demnächst dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.